willkommen zu einer weiteren folge epics legends showdown mit julia das ist immer noch ja immer noch das ist die siebte folge das heißt vier folgen sind jetzt noch bis entschieden wird wie das genau wer gewonnen hat momentan steht es 7 zu 1 für mich ist ja gut wir wissen alle wer gewinnen wird aber da brauchen wir gar keinem mehr draus machen ach das weiß man nicht so die legende die hauptlegende ist mirage okay hab schon zum glück schon ins kind ja passt ja und die sekundär legende ist octane ok so da würde ich sagen starten wir in 321 er hat mich nicht gemacht jetzt erst alles klar man kennt das das ist wahrscheinlich die vorletzte der letzte runde von königsschlucht auf den fernkl auf den fernkl vor allem in den ladewitschern kann man ja übelst in den ausschnitt von lober gucken was ist das ey weißt du die hängt da an so einem feld so die kammer guckt von oben runter und ich darf mir spielen aber bin ich doch das ist komplex aber er kann kompliziert sein der timer startet jetzt auch die scheine auf katze das heißt ich bin job master das ist doch gut da werde ich natürlich versuchen im bunker ein bisschen aufzuräumen ich werde auch direkt ich glaube auch nicht dass wir jetzt gerade in einer lobby sind meine funktion ist unten neben wasseraufbereitung quer durch bunker sagt es dann sehen so ich bin der job master perfekt das muss man ausnutzen folgt dem anführer das bin ich hoffe der ist jetzt die ganze zeit da hauptsache wir gewinnen aber gerade bei so ein spiel wie epics na wo die ladezeiten echt kurz sind um eine lobby zu finden da kann man doch nicht eine lobby finden und dann einfach abhauen bei sowas wie keine ahnung dbd ah ok jetzt habe ich gerade zu kommen oh mastiff ok ja kann ich mit kann ich mit arbeiten flatline weiß ich nicht ob ich die will füge ich möchte mich ach ich muss da nicht komm nicht mal jetzt so ich hab ne snipers passt ganz gut so da hinten sind gegnerstag Ok, meine Ulti ist sogar schon ready, was ist denn da los? Ging jetzt schnell. Meine auch. Wo? Hö? Oh shit, das war jetzt uncool. Oh ne. Ah, ich habe mich schnell down gemacht, der eine muss mich anzusnacken. Ich bin tot, fuck. Ah, der andere wird hoffentlich... Ah, ich weiß nicht. Der eine hat einen gelockt. Ok, ich habe schon wieder einen guten Spieler bei mir glaube ich. Bitte was? Er hat 28 Siege und 840 Kills mit Wraith in Season 5. Ach ne, das ist allgemein Kills, ok. Oder? Ja. Oder nicht. Keine Ahnung. Das scheint nicht schlecht zu sein, der Typ. Machst du das Fenster? Das ist wahr. Hm. Das Fenster. Danke. Der scheint nicht schlecht zu sein. Ah, der holt mich auch gar nicht zurück, habe ich das Gefühl. Oh, er hat doch das Brudai. Ok, gut, das ist ja mittlerweile nichts anderes. Ah, er versucht mich zurückzuhören, ok. Ok, ich bin wieder da. Ok, ich bin wieder da. Ich war nie weg. So. Nicht so super. Oh Gott, aber ich spring voll in die Action rein. Das ist gar nicht gut und der ist genug. Ich haue ab. Abfahrt. Ich habe sie nicht vermischt. doch mal hier bin ich einfach bullshit kaum abwarten die sonne doch das könig schlucht da ist muss man ausnutzen jetzt darf ich nicht mehr bunker landen gemacht nein habe ich nicht wieso du oder was das jetzt genug zeit ich bin alleine spiel bitte ich muss ich lebe von den mails ich bin einfach komplett alleine ja epics legends solo ist jetzt auch draußen ach man das ist das ist nicht gut ich darf vorstellen mache ich die wie sie die runde sofort raus springen vielleicht landen wir hier vielleicht auch nicht das wusste ich finde taktik spielst du auch mal direkt raus und versuchst ja was abzug auf ich bin doch recht und wird sterben ich werde sterben und die die blöde kuh hat mich einfach in ruhe also liegen lassen wunderbar dann kannst du doch dich um das ist einfach so als wenn octen die tür geöffnet hat und ich die tür gegen döds bekommen und umgefallen bin ach man schon wieder tot ja ich hatte den fast ich habe mit meiner erde 1 hätte ich den fast gekillt dann musste ich halt nachladen die waffen weg so das war jetzt die sentinel ärgerlich mirrasch und watson wenn ich überlege dass ich gerade dass wir gerade in der folge jetzt für die anderen jetzt schon ein paar tage erst aber dass wir gerade nur zwei runden hatten in der folge und das sind schon die dritte und es ist doch nicht mal zehn minuten um da denke ich mir manchmal auch einer krank eigentlich ja das stimmt ich bin auf jeden fall kein job master ich auch nicht ich darf also nicht ping du hast höchstens wenn der gepinkt hat dass du zustimmen darfst du mit der weiß ich bin ich habe mir doch gleich mal raus hier ab weiß was gerade unheimlich war das champion team waren genau die selben charaktere wie wir mit den selben skins ihr wisst wie ich aussehen das war unheimlich habe ich so auch noch nicht gehabt so kassi wo willst du springen kommen abfahren durchhalten da ping doch mal wo willst du denn hin auch girl das kann eine frau seine jetzt ehrlich bergungsgut bergungsgut wieso kann das nur eine frau sein andere frauen immer irgendetwas vergessen ach ja ich waffe hier sehen wir mit ner waffe ich hab ne elz da in meiner tors tot tot ach mann wir sind zwei unterschiedliche tiefste oder was dann bin ich nicht tot ach die haut ab und ich muss jetzt hier wart bis ich verblut oder was das ist ein scherz ich bin voll in der ersten reihe ey oha ja komm alter ganz ehrlich die holt mich eh nicht mehr so wunderbar ab in die action ach ich dachte du hast den kill jetzt gemacht man ey mach mir doch keine angst so auf geht's ach vierte runde das glaub ich nicht ey jetzt sind erst jetzt sind erst 10 minuten um weißt du vier runden mirage bringt mir kein glück hab ich das Gefühl obwohl ich in der ersten folge wo ich meine mirage gespielt habe als er neu war also neu überarbeitet wurde hatte ich ja acht kills und die runde sogar hochladen können und jetzt krieg ich gar nicht mehr hin oh ich werd die jumpmaster ball jetzt siehst du mich jetzt nicht mehr jetzt siehst du mich boom du bist tot og teuer 66 alter videos partfighter und ah ok wird dann im drückteil ja hier sinds etwas wer zuerst denn der landezone ist das ist euer champion verlieren macht keinen spaß deshalb lass ichs lieber bleiben ach paratfeiner der von der der frisse oh ich bin doch der jobmaster ok let's go äh ich muss kids machen lass uns da landen let's go mach ich hab ihn ich hab ihm das ist das beste überhaupt ja die sind sie noch da hierher oooa wo ist diese ah oho oh bitte ach Gott sei ich bin da und ich hätte jetzt wieder hier weißt du wir sind da gelandet ist war keiner da kaum dass ich mal ein paar meter weiter gehe hat er auf einmal 23 teams um sich ja ja er hat natürlich eine rüste gefunden weißt du ach das ist doch wieder das ist das ist gut dass das nämlich somit die ganze zeit wenigstens einen kill zu kriegen um diesen einen ehrenpunkt zu haben mp oder nicht mp das ist die frage das war eine goldene kiste fein von dem wissen die von adri oha ich habe das gefühl dass sie mir umgebringt ich habe jetzt eine r19 gefunden sofort wieder im magazin und das hat echt krass eigentlich das ist wirklich stark das will ich jetzt nicht austauschen da waren wir die messe kann ja mitnehmen hier ist ein schatzpaket stufe 1 hier wo steht stufe 1 das will ich nicht in dem an dem schild beliebig nicht ach man meine nase kommt denn jetzt gerade hier mit na das ist ja ein bisschen was zu tun war bei mir kam gar nichts mit oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck ja ach komm wir haben eine minute und der ring ist weit weg genau so gefällt mir hier ist leichte munition bisher war es glaube ich nur einmal ich habe rechte munition wenn ihr keine roboterbeine habt müsst ihr euch in bewegung setzen vielen dank alter ich hatte der bitte dabei bisher war es auch glaube ich echt nur so dass ich eine einzige runde hatte wo ich wirklich gut punkte vor sprung hat ansonsten es war immer irgendwie gleich es ist wie scheiße ich habe die acht kids die wir hatten das war auch so zufall weißt du erst drei kids acht kids oder andersrum erst 803 dann gab es erst mal punkte ist da unten einer oder unten ist einer fiktak 10 sekunden wenigstens stehlich feuere aufwachen der ring bewegt sich ab 1 einen kill gott sei dank oh gott ich habe mich jetzt mal sorry bro ich habe einen ausgeschaltet oh er hat einen ausgeschaltet los los ich habe die karte im einsatz der andere ist gequittet so ein penner der ist einfach gequittet hier ist dein körper nein ich bleibe jetzt beim evo schild lass mir Ruhe 14 minuten noch ich habe einen kill ok dann sind wir wieder auf null nice ich muss jetzt retten ich muss jetzt rein retten hier ach kack ist ja gut ok mal meine nasen ich muss ja kurz ach man ein kill gemacht ja auch geil tito geht ihr hier nicht darum dass man irgendwie gewinnt oder so geht ihr um die kill auch ein kill und jetzt bin ich auch down dann noch sind es ja 13 minuten und es ist rand der welt das heißt wenn man jobmeister ist man kann es versuchen in der stadt das werde ich auf jeden fall nutzen wenn ich jobmeister wäre obwohl eigentlich ist es ja meistens so dass auch die randys in der stadt landen wollen oh man oh man du bist entweder für mich oder gegen mich oder du bist für mich und gegen mich kommt manchmal auch wie viele leute die wraith spielen haben eigentlich benutzt eigentlich diesen glatzen skin warum macht man das keine ahnung wenn man ein zeichen gegen krebs setzt oder so ja ich verstehe es halt nicht also kein plan warum finden die leute den so hübsch ich weiß es nicht lieber nicht blinzeln sonst verpasst ihr mich so rainbow kit wo willst du hin es geht los bereit machen er geht direkt runter die ludshaken ist doch offener als die französische nutte oh boy das ist quasi nicht das muss man doch live streamen los mach das mal bitte nehm das Okay, kein Grund zur Panik, ich kann mich entspannt ausrüsten, ich bin nicht im Zug dran. Das ist ganz gut. Ah, komm, der Gegner kommt, ich hab's nicht mehr. Nice. Okay. Ich bin auch verstaut. Du hast nen Kill, sagst du? Mhm, ich hab grad einen gemacht. Das ist super. Trotzdem nischt mehr. Das ist halt das Ding, ne, wenn man ähm... Wenn man Fight macht gegen einen, der keine Rüstung hat, sind relativ schwach die Leute. Ja! Was, Falke? Au, 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 au. Okay, das... Auch hinter uns auch noch. Ach, nö. Ich bin alleine. Aua, der hat mich direkt getroffen. Auf, Scheiß. Ich hab' mich nicht reingelegt. Wir haben uns ja nicht Kranate. Das wird nicht wehtun. Durchhalten. Jetzt muss ich wohl zum Erdbeeren. Oh, nein! So, ich spiel' jetzt grad' Epic Solo. Nice. Wir kriegen das hin. Der neue Modus. Ach, ich werd' dreimal gelockt. Willst du mich verarschen? Heiß' ich noctis, oder was? Der macht ja alle weg! Das war der letzte von diesem Sport. Diese Dimension macht sich. Hier kommt noch einer, was ist denn hier los, ey? Ist ja schlimmer als Neukölln, Alter. Weißt du, eine Schießerei nach der anderen. Das eilt in einem Haus. Ich weiß nicht, alles sind Kreuzberg immer so. Na, Köln ist doch noch deutlich schlimmer, ey. Hoffentlich hab' ich da aussteige, ey. Alter, dass ich bestimmt, äh, fünf, äh, Mafias oder so. Spaß nicht. Ich find' in Neukölln jetzt nicht so schlimm. Naja, alles klar. Wer ist ja auch nicht an Wohne, Neukölln. Hä? Kommt dir immer drauf an, wohnen, Neukölln. Oha, wo versteckt er sich denn, Alter? Was für'n Pfeil ist er denn? Ey, ist er auch drüber? Ne, doch nicht. Ist hier keiner gelandet? Ja, wo bist du denn auch gelandet? Bin direkt rausgegangen. Achja, moin. Alter, er lebt halt immer noch. Ich weiß nicht, ob ich rausgehen sollte. Ah, ne, er will mich... Ne? Hatte er gerade den Wingman Skin, der Level 100 war? Wird sich verarschen? Hm, Casher, ja. Ich glaube aber, der hat den gerade aus dem Sarg genommen. Also, war der, den er gekillt hat, war, glaub ich, ein Casher. Aber nicht so einer, der irgendwie Insekten fängt. Oh, ich will hier welche. Sondern halt einer ganz andere Casher. Naja, egal. So. Sieben Minuten sind noch, hab' noch ne Runde startet. Bin mit, eh, zwei Punkten in Führung. Bisher. Oh, da hat einer den 20 Euro Lifeline Skin. Und einer, der anscheinlich Jumpmaster sein möchte. Und dafür werdet ihr mir noch danken. Das ist gut, dann kann ich jetzt in der Stadt nochmal was... Ah, Level 500, alles klar. Ich krieg aber mittlerweile nur Mates, die irgendwie richtig stark sind. Ich krieg's auch nicht was Großes. Ich habe ein großes Kämpfererz. Ein Kiloerz, sozusagen. Oh ja, hier seht ihr den Jumpmaster. So, Jumpmaster, Fragment West. Das könnte ein guter Landeplatz sein. Oder Fragment Ost. Ah, schwierig, schwierig. Ah, nee, Fragment Ost fühl' ich irgendwie nicht. Westen war schon immer so meins. Der Ost ist so doof. Folg dem Anführer, das bin ich. Oder Last ist ganz egal. Hauptsache... Medecatrio! Pirouette! Oder nee. Riecht die ab von gestern, ne? Oh wow, Wingman, Alter. Zum Glück nicht bei uns. Oh wow, Longbow. Bitte noch ne Einzelschusswaffe. Dankeschön, Spiel. Ja, danke, ne Triple Tag, cool. Gack's weiter. So.. Ah.. Ich sag.. Stufe 2. er ist zu leichtsinnig ja genau das nehmen wir überhaupt noch die runden auf ehrlich ja man weiß ja nie mit wieviel abstand ich dann noch gewinnen auch deswegen ja auch hier wunderbar du hast gesagt du hast richtig bock heute ich dachte das seit voll und feier bist so ich bin eigentlich eher nicht so drauf heute octane war die andere ja zwei magazin natürlich nebeneinander ist klar es ist halt auch keiner hier gelandet dass einer es ist frank welt west sind die in ost gelandet oder was kontakt mit gegner ich habe auch gehört zu schießen sie hatte dich kacke ich dachte wo ist denn der hin ist das zum kotzen es ist zum kotzen ach wow watson jetzt ja komm ich bin auch dort scheiße wieviel minuten haben wir denn noch zwei ach Gott warum habe ich denn jetzt noch mal ne runde gestartet ich starte auch einfach mal und mal gucken wie lange das dann dauert mal schauen bis auf eine runde war halt echt nichts dabei und ich habe jetzt zehn runden gespielt oder so so auf die ich jetzt verengt bin ich habe jemanden im team der kack schlumpf 06 heißt alter ich habe jemanden im team der kack schlumpf 06 heißt alter ich habe jemanden im team der kack schlumpf 06 heißt alter ich habe jemanden im team der kack schlumpf 06 heißt alter die maße direkt rauskommt noch 43 sekunden haben wir einen kill oh nein bitte mach jetzt nicht diesen alter mach mich auf 0 oder folgt wem ihr wollt aber gewinnt 30 sekunden gelockt ok ok gott sei dank ach scheiße ach das war knapp 8 7 6 5 ok ja ja jetzt ist jetzt ist er aus ok oh man ey die party hat schon angefangen bei denen hatte ich jetzt aber gerade auch glück dass der wirklich kommt ach hier ist ein gegner ja komm töte mich komm töte mich für dich aus der runde raus ach so ja die erfolge muss man auch noch gut also ich habe zwei punkte quasi gemacht ich muss dazu sagen ich werde jetzt mal rausgehen ähm es gibt noch drei folgen und wir werden jetzt noch keine weitere aufnehmen wir werden das äh einen anderen tag machen mal gucken was da kommt was da passiert deswegen habe ich ja vorhin auch eigentlich gesagt dass wir uns einspielen aber du bist halt wieder zu spät gekommen irgendwie ähm und dann schauen wir mal wie es dann wird mhm so das war's ja mit der folge mit folge 7 drei folgen kommen noch und ja gut falls es tatsächlich zum gleichstand kommen sollte man weiß ja nie ich meine hin und wieder hat man da so seine Momente dachte du hast schon beendet ey ich hab schon lange auf beenden gedrückt ja moin alles ok du verabschiedest dich ja nicht mehr weißt du so ein Ding ist das ey du machst einfach mit dem Satz nö das machst du immer alles weißt du ich hör dir doch gar nicht mehr zu wenn du sagst ähm das ist jetzt zu ende du denk mir ja wunderbar gut du kannst jetzt beenden drücken wunderbar und auf wiedersehen du denkst ne ne